Da habe ich schon den Baum weggeräumt und die ganze Strasse aufbau ich geräumt, da ist es noch zu räumen, von den Nachbarn keine Spur, wie immer seit 10 Jahren habe ich den noch nie gesehen, bei irgendeiner Hilfeaktion waren die noch nie dabei. Jetzt mal den noch weggeräumen und dann schauen wir mal, ob die Gemeinde geräumt hat, weil die habe ich 10 Jahre noch nie gesehen, bei der Hilfe noch nie. So jetzt kommt gleich die Stunde der Wahrheit, hat die Gemeinde geräumt oder nicht? Nichts, weil da haben wir um Kurven, wir sollten uns eigentlich rammen. Schauen wir mal, ich habe das Lade durch oder überhaupt nicht mehr abgekommen. Das ist doch Wahnsinn. Das geht gut, oder? Gut, das kann ich nicht aufpassen. Ja, hat geräumt, sagt gut aus. Sechs schon. Ja! Heim, da bin ich noch! Ich bin erst so gar nicht runtergefahren. Nicht schlecht. Okay. Dann räume ich mal weiter. Ich könnte bis morgen noch abfahren, gleich kriegen wir noch einen Stundenslaub. Danke an die Nachbarn, an die sozusagen Nachbarn.